. 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 Da hast du keine Chance, kommst du da nicht rein. Jetzt müssen wir uns zuerst in so ein Silo runterzwängen. So, hier sehen wir das mächtige Karstmassiv. Hier ist die mächtige Röhre in dieses mächtige Loch. Und hier hinten ist der Survival-Fuchsi. Auch ganz aufgeregt. Der Mekke dringt jetzt tief in die Röhre ein. Ein Höhle-System kann man dem noch nicht sagen. So ein Eingauern kann ich auch nicht. Da kannst du noch den Bretterbunker einrichten. Scheisse Papiere nicht du und Ravioli. So, wir sind jetzt schon die erste Leiter runter. Hier unten kommt die nächste Leiter. Schauen wir mal. Der Fuchsi kommt hier in die zweite Stufe runter. Hier unten haben wir ein Türchen, wo wir uns dann reinzwängen müssen. Jetzt hier im Eingangsgang. Wir haben gemeint, das sei etwas Grossräumiges, aber momentan ist es gerade ziemlich eng. Jetzt sind wir hier schon am ersten See. Jetzt noch die Quelle, sieht man gar nicht von oben. Schau mal. Das ist aber ein geiler Gang. Wahnsinn. Jetzt sind wir wirklich in einer Höhle. Jetzt sind wir hier schon in einem riesigen Gang. Er hat hier auch schöne Versinterungen. So geil. Der Fuchsi zwingt sich jetzt an den engen Schluck durch. So, dort hinten hat es den Fuchs ja geschafft. Jetzt sehen wir hier mal. Jetzt sind wir im aktiven, oder nein, teilaktiven. Also mit Hochwasser hat es da sicher Wasser drin. Hier hinten hat es noch jene Seitengänge, die von der Leine oben runterführen. Und hier geht es weiter. Hier hinten kommt die Höhle einen teilaktiven Charakter rüber. Jetzt sind wir hier über dem Wasserplan. Hier hinten geht wieder ein Seil runter. Hier steht vor einem gewandlichen Abgrund. Also einen Grund sehe ich nicht wirklich hier unten. Du weisst, du siehst nur schwarz. Ich bin ja schon in ein paar Höhle gewesen. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich stehe hier auf einem Zwischenpodest. Da geht es runter, unendlich in die Schlund. Da geht es runter, unendlich in die Schlund. Und dort oben steht irgendwo der Fuchs. Ich bin alleine. Ich kann nicht mehr weiter. Ich muss jetzt hier x Meter aufsteigen am stehenden Seil. Hey! Ich komme dann wieder runter, gell Fuchssi? Leck mir aber. Du hast die Plante in der obersten Stufe. Du siehst nie jemanden am Boden runter. Uh! Ja. Der Mecke muss mal wieder hier zurückkommen. Aber jetzt auf den Heimweg. Ich erwarte jetzt 100 Meter aufsteigen am Stehenden. So liebe Leute, ich bin jetzt schon wieder hier oben. Am Schlussgang. Also ich war nicht bei der Mitte gewesen. Es wäre nochmal so viel runter gegangen. Ich bin total fertig. Die Hölle hat mich geschlissen. So, da war der Fahrt der Fuchssi. Er kann froh sein, ist er nicht runter gekommen. So, der Fuchssi drängt sich jetzt durch ein enges Loch durch. Oh, jetzt haben wir hier so einen Wasserspaltengang. Ja, gehen wir noch ein Stück hinterher. So, wir haben jetzt hier so einen Seitengang mit Wasser gefunden. Sicher tot bedeutet es nicht. Aber ein Vollbad. Jetzt habe ich gemeint, es sei nur Schacht. Aber es hat noch einen schönen Seitengang. Also es lohnt sich allein schon, wegen dem Seitengang in die Hölle zu kommen. Der Schacht ist sogar der Mecke an seine Grenzen gekommen. Da geht es jetzt weiter hinterher. Wunderschön. Das Gangprofil einer aktiven Wasserhöhle. Das Gangprofil einer aktiven Wasserhöhle. Oh, es ist hübsch da hinten. Es ist wirklich hübsch. So, wir zwängen uns jetzt hier durch eine Enge. Da hat es schon wieder eine Verzweigung. Links oder rechts ist die Frage. Es wird langsam extrem eng. Hier oben sieht es nach Verblockungen aus. Ich glaube, da haben wir es jetzt noch nicht. Das ist alles. Doch, da hat es Spuren. Trittspuren. Die führen uns lecker im Arsch. Jetzt plätschert hier überall das Wasser oben runter. Das könnt ihr euch mal vorstellen. Oben ist relativ eben. Dort sind die Olinen, wo das Wasser versickelt. Und irgendwann, wenn es dann regnet ins Strömen, ist dann riesender Fluss noch rein. Darum, liebe Kinder, nur rein gehen, wenn es gute Wetter aussieht. Der Poxi zwängt sich jetzt auch durch den engen Gang. Hier oben ist es ziemlich eng. Und wir sind es nicht mehr die Jüngsten. Jetzt sind wir hier vorne der Poxi. Seine Cave-Explorer-Jagg. Die langsam ziemlich durchreist. Schon nach zwei Expeditionen. Ziemliches Gewirr durch die engen Gänge. Man weiss, dort hat man Führschi oder Rett durchgegangen. Aber wir sind auch hoch. Also können wir... Wirklich in einer Hölle. Man sieht, dass wir in einer Hölle sind. Das ist nicht diese mega Tropfsteinhöhle. Aber es ist ein sehr interessantes Objekt. Da habe ich wenigstens nicht mehr so Angst vor. Dann haben wir einen Wegweiser gelegt. Oh. Damit wir wissen, wo wir sind. So. Wir sind jetzt hier. Der Rengen-Schlucht. Ah! 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 verklemmt habe. An dieser Stelle will ich etwas sagen, dass es extrem schwierig ist, die Hülle überhaupt zu filmen. Es ist wirklich alles schlammig. Du musst schauen, dass die Linkse noch irgendwie frei bleibt und dass du selber dann... Ich lege dich und verklemmt. Hier muss das Wasser ablaufen. Hier läuft das Wasser in eine Schlucht. Wenn wir jetzt fast schweig verwitschen. Schau mal da unten. Das sieht doch geil aus. Ein weiterer Seitengang gemacht. Das ist auch ganz hübsch. Hier kehren wir jetzt um. Wir gehen eng und es wiederholt sich. Das Wasser ist ungefähr um 30 cm gestiegen. Das heisst, es ist schnell raus. Ich meinte gar nicht, dass wir hier reinkommen sollen. Es ist dieser botene Hülle. Auch in einer heroischen Pause. Der Box ist jetzt schon auf dem Aufstieg. Hier unten gibt es nasse Füsse. Jetzt sind wir hier auf den oberen Stockkuh. Oh, da ist schon so eine Flotte. Hier unten ist eine Mischung zwischen Schlamm und Wasser. Hier oben ist der Foxy. Der Foxy ist jetzt schon über dem hohen Abgrund. Hier unten sehen wir das Wasser. Hier unten ist der Ja, so. Spiele ja, es sind hartige Kerle. Jetzt können wir wieder richtig ausfangen. Es klappt. Es regnet. Der Foxy, jetzt mengt sich der Dengang an. Hier läuft der schon durch den Eingang raus. Jetzt haben wir die Höhe wieder zugemacht. So, nur noch wenige Schritte. Das Licht. Der Himmel. Hier. Wir sind schon wieder aus dieser Höhe raus. Also der Schacht. Ich bin an meine Grenzen gekommen. Wir kommen vielleicht wieder einmal. Aber dann gehe ich nicht alleine. Aber ich habe vielleicht die Hälfte gemacht. Die Hälfte, wenn es gut kommt. Wir sind normal fertig. Das war ein super Höl. Ein schöner Sittengang. Es hat sich gelohnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen! So, wir stehen jetzt hier vor einem Riss. Es ist eigentlich eine Tolline. Eine Art Sickergrube. Da sickert dann alles runter. Da hat es ein Loch. Das ist schwer zu sagen. Da fallen immer die Kühe runter, haben die Älpler gesagt. So, wir haben dann noch mal einen Schacht gefunden. Der ist leider geschlossen. Das wäre aber geil. Jetzt haben wir hier eigentlich vom ganzen Feld. Es sind überall hier Leinen. Das geht alles in die gleiche Spalte. Schlussendlich in ein riesiges Höhlen-System. Im Tal. Also typisches Karrenfeld. Teufelsacher, wie die Einheimischen dem sagen. Ich habe jetzt oben den falschen Weg erwischt. Aber das ist nicht weiter schlimm. Es ist ein wunderschönes Karstfeld hier. Voll verklüftet. So, jetzt stehen wir noch vor diesem legendären Höll-Loch. Der Vater von allen Höhlen. Das ist eine geile Schlucht. Wenige Meter trennen uns vor dem Leggen dieser Höll-Loch. Ha! 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 Oh, es wäre sogar offen. So, jetzt kannst du sagen, du warst im Höll-Loch. Darf ich einfach mal rein schauen? Komm, Foxy, stehe rein. Gibt es auch etwas? Ich bin im Höll-Loch. Wir sind jetzt illegalerweise ins Höll-Loch eingedrungen. Gehen wir wieder raus. Also, da kann man übrigens eine Tour machen. Geführte. Jede Schwierigkeitsgrad. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.